Servus Guys, euer Sweaters Back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute soll es passend zum aktuellen Bundesliga-Totz um den generellen Totz-Hype in der deutschen FIFA-Szene und auch im generellen gehen. Doch bevor das Video anfängt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mein gestriges Interview mit der Instagram-Seite FIFA-Pack-Reaktion abcheckt. Auch mal wieder nach langer Zeit ein Interview bei mir auf dem Kanal. Würde mich freuen, wenn das der ein oder andere, der das noch nicht abgecheckt hat, jetzt abchecken würde. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem Video. Man kann davon sprechen, dass durch das diesjährige Totz eigentlich die Lust der Spieler entsteht, von ihren eigentlichen Menütätigkeiten abzusehen und sich mehr und mehr an das Abenteuer Weekend League zu stürzen oder das ein oder andere Online-Einzelspiel oder das ein oder andere Squad-Battle-Match für Team of the Seasons zu absolvieren. Besonders einen Nicht-E-Sportler, nämlich Real FIFA, möchte ich hier bei der kompletten Sache hervorheben. Denn er erreichte in den letzten drei Wochen zweimal Elite 1 und einmal Elite 2 und konnte sich zum Beispiel zum BPL-Totz über einen Gewinn von ca. 5 Millionen Coins freuen. Und das Ganze steigert natürlich auch den Anreiz der Spieler für die Weekend League. Was hingegen eher für Kritik dieses Jahr sorgt, ist natürlich zum einen das Gameplay, denn viele Leute, ja die Fakt ist einfach ab, wenn sie die Weekend League spielen müssen, da sie keine großen Fans von dem Gameplay sind. Wie gesagt, wir hatten das ganze Thema ja schon öfters in dem ein oder anderen Real Talk, dass FIFA dieses Jahr eigentlich eher ein Menüspiel ist. Und auch die legendären Trikot-SBCs kommen jetzt bei der Community nicht ganz so gut an. Man spricht auch von einer Rückentwicklung auf Twitter, denn die letzten Jahre gab es mehr garantierte Totz-SBCs und dieses Jahr gibt es zu jedem Totz quasi nur eine. Man muss sagen, dass ein Hype auf YouTube sichtbar ist, dennoch bewegt sich diese natürlich deutlich unter seinen Möglichkeiten, da es dieses Jahr fast nichts mehr Besonderes ist, ein Totz zu ziehen durch diverse SBCs, Rewards oder natürlich auch, wenn man Geld in dieses Spiel reinsteckt. Jeder lädt seine Packs hoch und dadurch wird natürlich der Markt am Ende des Tages überschwemmt. Ich denke mal, dass es vielen Leuten von euch aufgefallen nach Lightning Rounds, dass enorm viele Videos am nächsten Tag zu Packs online kommen. Dennoch muss man sagen, dass beispielsweise ein Gamer-Browser trotz der kompletten, ja, Anzahl an Videos zu dem kompletten Totz auf dem Markt, auf seine Rewards immerhin noch 200.000 Klicks gemacht hat, was eine sehr beachtliche Zahl ist, wenn man sich mal seinen Kanal-Durchschnitt anschaut und wenn man sich das Ganze mal ansieht, wie viele Leute aktuell ihre Packs hochladen und heutzutage generell herauszustechen, muss man einfach die krassesten Spieler ziehen. Es ist nichts mehr Besonderes aus seinen Rewards generell irgendwelche Tots zu ziehen, sowas hinzuschreiben wie, oh mein Gott, ich ziehe fünfmal Tots in meinem Video. Nein, es muss dann natürlich schon ein 96-Plus-Spieler beispielsweise sein, um die Leute auf das Video draufzulocken oder auch wie bei Real FIFA ein Cristiano Ronaldo. Der Content ist während des Tots eigentlich so ziemlich gleich geblieben, doch an einem Tabak hat sich in Zeiten der Battles und Pack-Openings doch einfach mal was Neues ausgedacht, nämlich The History of, eine Serie, in dem er euch einen Tots-Spieler in seiner kompletten Lebens- und FIFA-Geschichte genauer vorstellt und anschließend mit einem kreativen Team zockt. Es ist einfach mal was anderes in einer recht monotonen Zeit. Ja Leute, was sagt ihr zum aktuellen Tots-Content von EA oder auch von den YouTubern und was wünscht ihr euch? Schreibt auf alle Fälle sehr gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Ich bedanke mich auf alle Fälle, dass ihr euch das kurze Video angeschaut habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Checkt gerne eins meiner letzten Videos ab. Kostenloses Abo wäre Babo, werdet sehr gerne Kanalmitglied, würde mich sehr drüber freuen. Euer Sweater ist raus, macht's gut, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.